Ein Traum. Willst du einen guten Job? Ich brauch einen guten Job. Ein Plan. Ich besorg dir einen Job, wenn du Geld verdienen willst. Eine Krise. Sie können mich nicht feuern. Er ist gefeuert. So spielt das Leben. Ich bin raus. Du hörst doch nicht an. Okay. Echt eine tolle Berufserfahrung für diesen Job. Bei Kanal Plus streamen.